ist und bleibt ein Rätsel man weiß es nicht wieso habe ich keine München gerichtet 10 München und dann keine München mehr gerichtet scheiß Mario, kein Gericht warum habe ich heute auf einmal so ein Problem mit den Sternen? weil warum sag mal, kann du 10 wir 10 spielen müssen an einem Paket ok ich stelle einfach das im Start warum das funktioniert, stimmt nicht jetzt habe ich 1800 Schritte umsetzt jetzt müssen wir also auch noch hier ich kriegst gleich eine Beispiele auf das Kopf auf das Kopf ja endlich jung 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 genau wie kran wieso was jemand muss die E-Mail bestätigen wahrscheinlich läuft sowieso auf mich hinaus ich kann grad schlecht und wie macht sowieso nicht äh ich denke mal, ich probier mal das ist das gleiche Passwort ist wie sonst auch ich kenne das Passwort gar nicht mehr wenn du das Passwort noch wollt ich hab das Passwort, ich hab das bei, äh, bei meine Schande überdrehen was denn? wovon? bestimmt unser normales Passwort, was wir auch auf der Vergangenheit haben was? bestimmt bestimmt also ich hätt ja an deiner Stelle das genommen ich weiß nicht, du hast es im Endeffekt gemacht, oder? ja, nicht, aber hab ich mir nicht mehr sicher wieso? wenn du mich gefragt hast, hab ich dir das gesagt wieso? frag ich, ich frag mich immer niemand eben sonst ist das Passwort Passwort das Passwort ist bestimmt Penis Pumpe ich bin mir sehr sicher, das ist Penis bei mir kann ich mir das vorstellen aber der Scheinler, das Passwort ist zu kurz ja, jetzt hier ist das Passwort, Penis und bei manchen steht dann aber das Passwort ist zu kurz ja dein Passwort ist zu kurz so muss ich auch mal auf ich muss ja mal auf wo ist halt warum? ey, ich schau dir halt nur oder eben ne? tai redest? ja ja ey, Jun ja 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 hab ich recht mit drin äh, nichts gehört ja, total ja 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 die das war mir hier die Karte gesteckt die um k die der die 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 5, Kirok Yay Enes? Nein Wenn du damit einverstanden bist, sag einfach Enes Sag einfach Mk 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 zur Mk P erinnert erinnert erhält sich jetzt wieder auf die erinnert 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 nur ein ein blick normal Schau mal. Kann ich, kann ich schaffe wieder auch sicher auch schneller. Oh du glaubst du bist ein Geist dran. Hey du drückst mich jetzt gerade schon wieder an. Was denn? W-7s schweiß direkt. Geht mir gerade schon wieder ein bisschen drauf. Na fast. Ok. Ich werde dich die Seite traten. Ich werde dir halt doch die Fresse. Die Seite? Wenn du fertig hast, geh die Seite bestimmt einfach wieder. Einfach so. Ja. Das war ja so aus Prinzip. Hm. Einfach nur, um mich zu freuen. Nein, das geht nicht, die Methode, die ich jetzt ausprobiert habe. Okay. Warum macht Zegelmick das so? Der Arsch, der kann das einfach so. Ah, ich würde ihm dafür jetzt eine Droh-Mail schreiben. Mach ich auch. Steht dir der Droh-Mail? Schrieben... Ah, egal. Mach einfach weiter. Geht. Reuben mag es einfach Penis in den Mund zu nehmen. Ja, hat sie... Oh, 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 von Square Seven. Du bist nun offiziell registriert. Dein Benutzernamen wird freigeschein, sobald auf folgende Link geklickt ist. Ich bin offiziell... Aktivierung geklickt. Ich hab's schon. Ich hab's schon. Puh. Der hat meine Albingung gültig gemacht. Ein Benutzernamen lautet Game Breakers. Jetzt hat's geleckt. Jetzt hat's geleckt. Let's Marley. Ich habe schon ein FTP-Konto, ich bin gut. Eine Seite bitte wenigen Minuten zum Beispiel besteht für Fragen, wo wem ETC steht. Oh, lass die Leute reißen. Oh, lass die Leute reißen. Weiß die Leute reißen? Nein, ey, Mann. Nein, ey, Mann. Aber nicht auf die Leute. Ja, ihr sollt nur mal wissen, dass eine neue Seite existiert, dann die Gottes erstmal noch langsam aufgebaut. Die Seite ist leider nicht mehr verfügbar. Nicht mehr. Du warst zu lange nicht mehr online. Die CC war mal verfügbar. Ich weiß, das ist total Fail. So, das kann jetzt erst mal wieder viereinhalb Stunden dauern. Fail, 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 fail. Geh noch. So, ich leck das jetzt nicht wieder, wenn ich drüber springe. Das war's. Das war's. Das war's. Nein, das war's. Trotzdem war's. Warum muss eigentlich Alu eigentlich noch mal weg? Weil sie immer jemand anders sich angerufen hat. Nein, nicht, 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 nicht. Entschuldigung. Mein Leid. Die ist weg, weil wir gehen. Nein. Deswegen hab ich ja gesagt, nein, ist sie nicht. Nein. Das sei seine Zumutung gewesen. Nein, 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 nein. Naja, vielleicht. Das ist nicht so. Hallo, Skype mit selber, Michael. Mann, das ist's nicht. Das ist's nicht. Oh, scheiß Telefon. Ich glaube, du musst drang gehen. Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht. zum Beispiel ein Sklavennamen, dein Bruder, der drangeht. Ah, so ungefähr. Und wie geht es auch so? Ähm. Ach, ja. Und wie geht es euch so? Wo die Churks? Was, ähm. Tun sie Drogen? Bisschen. Ja, wie viele? Bisschen. Bisschen. Was will ich hier eigentlich noch mal rein? Ich wollte ja gar nicht noch mal rein. Egal, hol ich noch ein. Nein, ich muss doch zwei Sekunden warten, ich halte das nicht. Okay. Jetzt nutzt das nicht aus, dass Alu weg ist. Ja, doch. Aber Alu ist dem Dings im Chat, aus Denkmal hört sich auch zu. Jetzt schreibt gleich böse. Okay. Böse. 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 In der Kopf. Silver Mike darf das nicht. Gell. Was ist das denn für ein komisches Smiley? Trollface ist das. Noll, wie scheiße das einfach aussieht. Das ist Trollface, kennst du das nicht? Das machen die bei allen Sachen immer, das ist der normale Trollface. Ich bin auf Justin. Ich bin auf Justin. Ich bin auf Justin. Ich bin auf Justin. Guck mal ins Stream, wie das da aussieht. Der ist schon weg langsam jetzt. Ja, ist schon weg. Nee, warte mal, warte mal. Ich... Ich... Ich hab... Schon weg. Warte. Hier siehst du's, ich hab's doch grad einfach gezeigt. Ja, das sieht bei mir immer genauso aus. Das ist das Trollface. Ach, Trits sieht das genauso aus. Das ist das Scheiße ey. Das ist so genial, finde ich. Es gibt sogar Minecraft-Smilies oder so. Das ist Super Mega Ultra. Schon? Junge. So. Her und her, Landi. Nee. Tut mir leid. Vorsichtig nicht. Ja, siehst du mal. Ja, da bist du knapp. Meine Mutter ist knapp. Bleid ist dick. Ja. Wie ein Kuchen. Nein. Ach, ja. Ach, ja. Ich bin's. Ah. Bies. Skyrip. Gell wie böse. Er hat dir das gesagt. Ja, Brätschuk kannst übrigens... Ach so. Was kann ich? Nee. Nichts. Doch, sag. Ja, danke. Du kannst auch nichts. Nein, der Becker hat sich gedacht, nur das Scream aufgehängt zu sehen. Ich wollte sagen, kannst wieder runterscrollen, damit man die neuesten wieder sehen kann. Ja. Ja. Ich bin's. Ich bin's. Ja. Ich bin's. Glückwunsch Lebertsch mhm Noo ok Ok Wo ist Chaos? Ok 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 Oh, wie geht's euch so? die 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 das heißt Peter nein ein 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 das Land n die aus uns und die schreibt die diese Form der Form der St das 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 der Ergen der Form des Mönes und die Menschen Das ist ein bisschen krank. Sieht aus wie Thaddeus. Thaddeus, das könnte vier Stimmen einfach kommen. Ja, stell dir vor, das ist ne Glatze und ne große Nase. Ich muss erst ein bisschen. Ja, geh auf. Tschau. Aber du horst es, leg dich auf. Nächste. Ich hab ein Ständchen, Ständchen. Wahrscheinlich Link. Weil sie grad Occupy Life Time spielt. Man fühlte dich ja dafür Penis. Wir sind sowieso über den Penis rein. Du steckst dein Penis auch immer rein. Und Brachland-Gibson? Weiß ich gar nicht. Ich kenne gar nicht. Ich kenne gar nicht. Brachland gibt es ein Penis. Keine Ahnung, ich war nicht so einer, der immer am Weg kreuzum geguckt hat. Und dann irgendwie mit den Lobbys gechattet hat. Brachland gibt es ein Penis in Form eines Berges. Mhm. Der wird andersrum quasi so jumps今日 herausgegangen. Ah nein, ich dements. Nein, eigentlich ne es ist anders rum. Tschau. Nein. hopeless, eh. Nein, ne. Nein, symmür soi bugün mal kein Artikel oder seine Anführungen erfüllt. Man muss halt nur lol. Na, musst du die nein mal singen oder so. Ja, okay. Ich häng, ich häng fest. Wo? Hast dein Penis wo reingesteckt? Wahrscheinlich geht's. Oh nein, wie? Nicht schon wieder. Jetzt muss ich leider abdrehen. Nein. Nicht schon wieder. Ah, Mist. Nein, nicht abdrehen. Warum jetzt? Hast du alles gemacht? Ja, ich wollte aber da hoch. Er ist nur kurz frische Luft geschnappen, ne? Mist. Jetzt aber. Auch ein Not davor gerufen. Toll. Nein, das wird immer noch 70 Star Run. Nein. 50 wahrscheinlich. Wir sind mit 60. Mal sehen. Hören wir mal soviel wie ich kann. Hast du zwei? Na und? Hast du? 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 Chris. Lots! Los. Los, Junge! Ja, ich hab die Münze gekriegt. Los, Junge! Jetzt muss trotzdem warten. Junge! Das ist nicht das Einzige, was man in der Musik hat. Wenn Reven mal als Suizid begehen würde, dann von den Bergen brachert. Das ist nicht das Einzige. Von wem habe ich denn diese scheiß Geister abgekriegt? Random Leuten. Ist ja voll schlecht. Warte, mir fehlt irgendwo ne... Mir fehlt ne Münze. Fail. Ich bin überall gegen gebratzt. Die Diamante? Nein. Weiß welche? Die hier gleich. Die Zoom-Lachter vergessen. Das ist aber nicht zu gut, deutsch. Die haben aber auch immer wieder gelöst. Ja. Wow. Wow. Ich bin drin. Oh Gott, einer, den schon wieder irgendwo nicht gesteckt. Wen? Und jetzt kopiere ich das Zeug rüber. Na ja, jetzt wird hier wieder über... Äh, ruhigchen. Scheiße. Über Peter gelästert. Ey, nix und später. Wir kommen später. Restart. Ja. Ich will die Falcon in dem Race. Ah, Mann. Das ist nicht schlecht. BAUSA, bleib stehen. Ich will nur an dein Schwanz. Oh nein. Wo wir grad schon mal bei dem Thema sind. Ich will nicht da gerade rumschleidern. Ja, genau. Gut. Geh, Bowser. Das ist auch nicht. Hä? Oh. Das sagt ja auch noch nicht. So lange, Bowser. Jetzt sind wir endlich Mario verstanden. Oh ja. Hm. So ist das nicht. Ja. Ach ja. Hm. So ist das nicht. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Ich muss ja aber die Mühle, die kommen alle in der Nähe des Jüngers. Ich hab' ne. Ohne Glitches. Da wird keiner kaufen. Ja. Nein, ich glaub' die Glitches müssen ja noch dann noch. Die haben also, die sind ja noch nicht dran. Da sind ja noch keine Glitches, die haben wir nicht. Ja. Das ist ja auch nicht. Ich weiß' das nicht. Aber die sind ja noch keine Glitches, aber die haben wir nicht. Ja. Aber diese werden jetzt verstanden. nicht langweilig ich habe uns leidlich soll über einfach sein aber sonst nicht die Zürcher und so hat sich das ist durchgesetzt das liegt ja auch möglichen Arbeitsplätze was ist die mögliche er will auch das ist so was man gespielt wird auch gespielt hat heute ist ja auch ein Teil der Niederlösung gespielt wird so ich glaube schon also teilweise schon länger Ja mit auch, aber für eine bestimmte Gruppe, aber für andere das ist ja immer der Klassik-Faktor, der Nostalgie-Faktor im Spiel. Abfinde das Bild nicht. Von seinem Penis? Ja. Er hat dann keine Penisente zu haben. Er hat dann keine Lust zu suchen. Ja. Nicht schon wieder. Ja. Not again. Ja. Ja. Da kann man ja eigentlich mal gucken, wo der Glick ist. Ach doch. Wo gut wer lernt. Geistdaten von dem ersten Laden. Und den da erfahren. Ne? Hier hast du denn bei was? Wie viele Geistdaten sind das? Online Geistdaten. Alle? Eine Menge. Nein. Wahrscheinlich die ersten zwei. Wahrscheinlich die ersten zwei. Ich kann nicht spielen. Ich nehme mal von dem da. Ne, von dem aus Deutschland. Weil der andere war mir zu schnell, der Japaner. Kommst du nicht hinterher, ne? Ne, komm ich auch normal nicht hinterher. War die Japaner der erste? Ja. Irgendwie nur Japaner waren überall das erste. Ja klar. Ja, 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 jetzt hier wieder auf die Japaner. Wir haben alles drin durch. Aber ich denke, der Geräte auch nicht. Sie haben immerhin schon gewählt. Ja. Sie haben immerhin von Fukushima. Da brauchst du sogar dafür doch, denn wir brauchen dann müssen wir mal. Man. Fährt da lang, ne? Ah. Weil der ist jetzt hier irgendwie seine Kamera. Das ist jetzt irgendwie irgendwie seine Kamera. was ist da? Und jetzt so toll. Genau, Kars will gegen einen Franzosen rein. Ne, die sind nicht dabei. Die sind so lange sind die fallen rückwärts. Ich führ mal dafür, dass es mehr Franzosen gibt, die Halo spielen. Du musst nur an alle Ecken gucken. Ich dachte, die haben uns deswegen als 3-Mage-Team-Franzusen aus Deutsch zu spielen. Ja, die Kassen müssen alleine weg holen. Was ist BTS? Genau, später gehen sie zur 5 gegen 1. Hinterkühlen! So, mit einer Attacke. Und? Wo ist der Kars? Ja, das ist der Kars-Generer. Das muss jetzt einmal den Sinder umsetzen. Ja, das ist der Kars-Generer. Daher hat man jetzt alles in den Sinder, das muss jetzt einmal den Sinder runterhalten. Ja, ich schlauze dich. Ja, denn? Da wurde die Karsel-Generer. Bei der Krieg zu allen keinen Nächsten, aus dem Karsel, den Das war auch ein Bogen, aber das ist ein bisschen zu der Karsel. Da ist der auch ein Bogen. Ja, das ist ein Bogen. Das ist ein Bogen. Ja, das ist ein Bogen. Das ist ein Bogen. Das ist ein Bogen. noch er ist es nicht mehr wenn du heute war es nicht lieben es ist es ist es ist es ist es muss es muss es sein dass es sein dass es sein ist es ist das ist es aber das ist ein Rappel für sich das Leben ich habe so eine Art Sieg er hat sich aber bei einer Art und erhebt immer ein wo ich ach wie kannst du ja machen ja klar schlugschicht und jetzt ist es gut aber auch wo er sich die 1 Was ist denn? Also einer hier und hier. Push. Was ist denn Push? Kannst du screenshotern machen? Wir werden direkt hochgeladen. Ja, instant. Push. Push, Junge. Wie eben. Würde es bestimmt zu der Allgegend. Würde es gar allein gegen fünf Franzosen gewinnen, wenn WfK wäre es. Das hätte man aufgegeben. Da kommt ja gar nicht. Ach, da kommt ja gar nicht in unsere Ecke. Ach, dann geben wir auf. Wir rennen einfach zu Ihnen ein und greifen Ihnen alle einmal an und werden alle getötet. Ja. Ja, genau. Sie wurden alles so vom Tower an geschwächt. Dann rennen sie zu hier. Und dann macht den Charakter automatisch einen Angriff. Und deswegen kriegst du den Brennen, okay? Hm, ich hab mal gesehen, ähm... Nocturne war übel gefeedet. Und ähm... Er hat dann Disconnect bei der in der Base gehabt. Und er hat die irgendwie vordrugge gemacht. Hä? Weil der rennt so mit Hälfte... Renn so mit Hälfte... Renn so ein Caster zu Ihnen mit Hälfte live so in seinen Range. Er haut ihn tot. Er hat wieder fast volle Kfee, weil er... wegen so viel Lifestyle... Hm. Sieht gut aus, wie er so nach oben kickt den Berg. Und wieder runter. Wolltest du das? Ja klar wollte ich da runter. Nämlich als Nein wolltest du nicht. Und vor allem wollte ich in diesem komischen Wasserfall nicht hängen bleiben. Hm, also... Also diese Technik beim Speedrun habe ich bisher noch nicht gesehen. Weil der schneller ist. Weil der schneller ist. Weil der schneller ist. Ey. 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 Musst du da nicht springen? Ja. Macht er nicht. Ist taurig. So. So. Bist du schau geil. Weg. Der schau geil ist tot. Oh. Gut. Wie hab ich das gemacht? Hä? 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 Bitte? Was ist jetzt los? Guck grad die Video an, dass der YouTube geschickt hat. Wie funktioniert das? Da sind die YouTube geschickt. Im Video. Ja. Und was macht der da? Was man wer, was, wo, in welchen, was, wie? Ja. Da ist ein Typ, weil sie kriegt Disconnect, aber macht trotzdem Förstenblatt. Haha. Wie geht der? Ich check das nicht. Oooo, 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 Oooo. Hm. So. Nervt. M-Uze, ey, warum springst du diesmal nicht runter? Hm. Hab ich gemerkt, bringt auch nicht so viel. Das ist auch nicht so eine gute Technik. Schade. Schade. Schade, Junge. So viel du springst doch nicht runter, ne? Ich wollte auch runter springen. Na ja. Ah, du. Haha. Was, wo will ich jetzt eigentlich hin? Haha. Littlich mit dem Chuck hier durch die Wand. Bringt doch nichts. Es leckt irgendwie ein bisschen. Natürlich, schieb's auf den. Ich spring noch mal runter, weil ich bin Bergmark. Boah, ich geh nur noch einmal hoch. Und tot. Mal, äh, vielleicht halt mal andere Sternen gehen. Nein, still. Ich bin noch, ich bin zwei da jetzt, wie ich den gleiche wollen. Nein, 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 nein. Und auch auf den Weg zu stehen. Ah, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Row, 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 row. Shoot, 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 shoot your gun. Hä, genau da. Genau das gleiche. Was? Ich hab genau das gleiche nochmal gemacht. Genau gegen die gleiche Ecke. Geil. Das war jetzt einfach nur. Ich mag das. Ich glaub das ist ein neuer Weg für den Speedrun. Oh, mega. Baby Metal. Ha, ha. Ja. Algier Ecke. EEEEEE. Bang, bang. In das kommt. Il hat das kommt. Nih logisch. Nih logisch. Ti ja vu. Chü, schü, schü, schüfan. Schü, schü, schüvan. So, schüvan. So, soll ich nochmal in die Leichter gesprengen? Ja! Fand ich auch gut! Warum nicht? Die ey! Oh, was soll ich denn kommen an, du? Man geht ja so total lame! Ich bin jetzt auch ausrufe gegangen, ich bin nur irgendwo gegen gesprungen. Oh, ich dachte, ich fließe so weit. Einen Klatsch runter. Die die Däme weg! Von dem Gleichweg mach ich nochmal, nur einfach aus Prinzip. Oh, da war ich keinem aus. Ah nicht, lügt nicht. Lügt nicht. Lügt nicht. Also, ich lügt nicht. Lügt nicht. Lügt nicht. 3 3 den Auszeichen das wird um das wäre ich schon wieder das Schwert wieder ne, hör mal mal ein Auszeiger Lame 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 Haus. Haus. Penis. Psch. Doppel-Arch. Extra-Groß. Du Blende. Okay, soll ich nicht ausrum gehen, dann mach ich hier einen Kohlenweg. Ich glaub nicht. Geh das mal aus. Extra-Groß. Oh Gott. Mit, mit, äh, hier. Spur dahinter. Ja. Extra-Groß. What the fuck is wrong with me? Alter Schwede. Das ist scheiße, Mann. Aber ich weiß, es gibt noch die Möglichkeit, noch viele größere Teile zu machen. Ah, ah, ah. Warum soll ich ausrum gehen, wer hat das gesagt? Äh, Abkürzung gehen. Das war scheiße. Abkürzung, Junge. Äh. Die, 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 die. Die, 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 die. m ich bin gekommen in den Länden greifen so bei einer reichenden das ist ein Teil und wie geht es euch so n n n nicht das ist das ich komisch an ich will nicht wollen ich will nicht wollen so geht es also heutzutage ich will nicht ich will also wir sind wichtig dass wir die überbrüllen die Brüder anwesend über die Städte was sie in der Stadt wir sind das muss auch mal in der letzten Anrufe Ich muss auf Kur 2, 2 gehen. Das ist die Mailbox. Ja, ok, dann rein. Du bist warm, Androsen. Ich hab sie auf Kur 2, 6, 6, 6. Vögel, Träck! Vögel, Träck! Hehehe. Hey, schon wieder nicht. Ja, ich bin der Mutter. Ach, hehehe. Schwer vor allem nicht die eigene. Hehehe. Ich guck mal eben deine Mutter. Ich hab sie auf Kur 2, 1. Sehr Glück. Oh, das ist immer nur da auf dem Lohnzweig. Das ist der Kling. Na, was? Nein. Ja, ich bin der Kling des Streichs. Und ich hab das gehört, sie hat halt die letzte Woche gehört. Ja, ich bin der Kling. Ja, ich bin der Kling. Ja, ich bin der Kling. Geh, ich bin der Kling. Das ist der Kling. Da sind die Klingel, ich bin der Klingel. Das ist der Klingel. . Boing! Hehehehe Äh, Kirak? Ja? Hast du gerade den Zombie-Zocken? Ich hab mal ein Ge-Time-Roll. Kirak, was machst du da? Was? Kirak, was machst du da? Was? Was? Nein das Aylo oder Aylo. Also ich beiúngse bin ich ganz bestimmt nicht. Wir gehen nicht nur mit dem Gemächtel. Ich war gerade. Wir sind unintentional. Ich war chi- Tracks-Stream. Wiruri war sog. Wer war tatsächlich wichtig. Wir-Min-Sitzvertrenner. Der hat sich verschbach. Der hat sich verkehren. Natürlich. natürlich er weiß es auch ich habe den ganzen Chat zu wissen aber eigentlich kann es doch nochmal ein gewesen sein ich war es du Depp du hast das mal so ganz viel gesehen ich habe wie gesagt ich war auf Youtube ich habe sie gesehen oh was ist das gemacht die wir die ganze Zeit mit meines rumgespammt haben 50 Sterne habe ich schon mal das war Captain Kirk wenn ich mich ganz schnell beeile dann habe ich vielleicht sogar noch 70 Sterne aber ich glaube nicht nein was soll ich dir zeigen Panzer zeig es mir 2 geben dem nein das mache ich nicht schmule ihn schmule ihn und ich kenne ihn ungefähr so auf den Tisch ach nein 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 warte Moment eben gleich wieder er hat irgendwas auf den Tisch geklatscht der Pedis genau jetzt ist der Tisch kaputt oh wie man hoch ans Schloss geht warum soll ich dir das hier zeigen alles so gut dann musst du so machen hat man das gehört ja ein bisschen zwei hülsens laut bei mir dann komm auf den Tisch kaputt ich zeige ich zeig dir ganz zum Schluss mache ich noch mal wenn wegen wenn man das Schloss tot geht aber wahrscheinlich nicht ach so ich habe sie jetzt gerade falsch was denn du mal einen hochkriegt oder was hast du wahrscheinlich das war halt es geht weg scheiße war schlecht ja das war schlecht er will das sehen und guckt dir noch Videos an ja eben noch mal da kurz weg jetzt bringt er seinen Penis wieder weg er gibt ihm seinen Bruder zu weg ich komm mal kurz hin was er gibt ihm seinen Bruder zum einpacken ja aber wir haben ein Bonbon verschluckt ja ja was du alles hinten im Hals drin hast ja das ist Bombon Pound wüsst mich nicht oh fuck der hat mich gebraucht ja gut das war ich jetzt da kommen wir nicht ran mit seinem Bruder das ist leck wie sauer aber ich spiel trotzdem ok ich hab den schon besiegt wann mach ich das überhaupt ich hab den schon besiegt ich hab den schon besiegt ich hab den noch mal schwanz und es ist irgendwo ach ich hab ein lebendes Blein war der nicht da drin irgendein Hentai bestimmt nein äh lebendes Blein also du hast ihn schon mal gesehen oder? nein die Rache der Nentakelmonster 4 achso also lebendes Blein nein hab ich noch mal nicht gesehen ich will da mal irgendwo sehen auf eine Art ist dann kommt in einer Person ich finde er ist bei den Gärlen die Ritter der Kokosnuss ich werde auch leben oder? die Ritter der Kokosnuss die kennen wir nicht die kennen sie nicht ja auch nicht die Ritter der Kokosnuss Eeeh... Ich bin im richtigen Moment gekommen, genau wo ich das Setz und Aufsetzen höre ich schwarz. Warte mal, Ritter der Kokosnuss. Sag mir mal Schauspieler. Von den Schauspielern hab ich keine Ahnung, aber auf jeden Fall kam da das Kaninchen vor. Dieses Monster, vor dem alle Angst haben. Wikipedia. Oder der schwarze Ritter, der einfach nicht stirbt. Jajaja, wo war er denn? Ähm... Dann hat er mitgespielt. Ich bin wirklich sicher, hab ich den gesehen. Schlabbersto! Hast du überhaupt gelernt? Ich geh. Ich hab immer noch einen. Schau. Schau. Du bist lesen. Ich hab immer noch was. Du bist füraku. Du bist ein Schauspieler. Du bist bei mir. Ich hab einfach noch was... Ich hab Angst diplomatic, dass du böser dich nicht nur schleşt. Deine Geh, in dir nichts an mir! Wie ist das? St St Nein, ich hab 7 Wünschen gemacht Ja, in dieser Kokosnuss hat er das Klammern der Ferne in die Tiere und so weiter, ne? Ja, ja, ja Da haben wir den noch nicht gesehen, aber ich sind das einmal für schon dabei, ey Natürlich Schokolade sind sehr einfallsreicher Namen das möchte ich nur so sagen Schokolade hat auch getan Jo Ihr habt Ben Schokolade vom Talking Game Breakers Room Das hat sich immer sehr geschrieben, was aus Meilies Das ist geil Das ist geil, was geht denn hier auf Ben Schokolade Ja, was geht denn da jetzt nur? Und nichts anderes Gut, ich stehe jetzt die ganze Zeit da Ich weiß nicht, für was er ein Video meint Vielleicht? Vielleicht möchte ich das auch nicht wissen Es gibt bestimmt immer noch Probleme, oder? Hm Ach, es gibt dafür Tutorials auf YouTube Guck mal, das ist der Hammer Hm Dafür gibt es sogar zu Hause Na heiliger Hammer Ronny Das heiliger Hammer Du bist Hammer Ronny Ich habe die Aufhaltbarkeit Es hat Macht im Namen Ja Und aufhaltbar Ja Es gibt auch die unaufhaltbare Macht Ja, stimmt Das haben wir ja schon gesehen Das ist die unaufhaltbare Macht Ja, stimmt Das ist sogar, glaube ich, lila oder so, ne? Ja, das ist episch Lila Die Waffe ist lila Ja Ja, die Schrift meine ich Nein, nur die Waffe Weil die für Schwule ist Aber die Waffe sagt voll Aufhaltbar ist, glaube ich, grau Ja Ja, das war Ja, so Vor allem, wir wollen die da wirklich helfen Ach, das gibt's ja gar nicht Ja, weil die erste Waffe hat Hat er etwas episches getroppt? No Hat er etwas blaues getroppt? Hat er etwas grünes getroppt? Nein Nein Nein, nein, ich denke an eine grün, blaue und dann episch Nein, nein, das ist die blaue 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 Sie sagen, sie ist nur gläubig, und dann so Moni, es ist grau Aber was hat man das gemacht? Ja, gut Und auch einmal Ja, nein Moni, damit wüsste viel weniger Schaden machen Moment mal Wie viel ist eigentlich weniger Schaden bei gar keinem Schaden Ich glaube, er hat neue Account Schoko Vanillekäkchen Das heißt, es ist Vanillekäkchen Und ist auch schon wieder geblockt Nein, einfach als Schokolade Irgendwann anders Aber er war die gleiche Farbe und hat die ganze Zeit nur Gesichter gesmämt Nein, nein, ich meine wahrscheinlich Wahrscheinlich Äh, Dings War Schokolade auch Ein anderer Typ, der schon vor einem Dings war Ja, kann sein Ja, kann sein Was auch ein lustiger Moment war, war, wo sie Mirakuliex gezogen haben umzuskillen Mirakuliex gezogen haben umzuskillen Und Farrell auch viel Duile Und dann nebenbei hat er dann so gesagt Ja, nach meinem Umskillen habe ich nebenbei cooking geerbt Ja, Papa sagt er Nein, ich werde nie cooking Und wo sie sich über seine Heilform lustig machen Und er sagt Ein Bauch Ein Bauch Ein Bauch Ein Bauch Nur weil ich meine Wurzeln ins Wasser halten muss, um Mana zu hängen Dann meine Ärztin Inherzlärm Eine Inherzlärm Eine Inherzlärm Oh Grund Inherzlärm Und hier geht es euch so? Mh. Und? Hast du denn irgendwas mit der Seite gemacht? Oder allgemein? So? Sonstruiert gerade. Ach so gut. Revan war letztendlich mal wieder Resident Evil hoch. Ich bin krank. Das ist voll die gute Ausrede. Was? Das ist voll die gute Ausrede. Ich weiß. Junge. Hat das schließlich funktioniert oder? Nein. Auch nicht. Das kann man aber schlecht hochladen, wenn man ja das neu spielt, dann hab ich ihn auch so gut. Mh. 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 Was machst du über Nacht? Das hab ich Ihnen auch schon gesagt. Dann schlaf ich. Mh. Du, da schlaf ich kann schlecht hochladen, wenn wir gleich spielen sollen. Das muss ich hier los sein. Oh, ich hab nen Trick gemacht. Yay. Aber jetzt lecks. spiel. Nochmal. Nommal. 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 Yay. Yay, jetzt schon wieder ein neun Account. Nach dem Winter Breakdown ist es zwei Mal. Ich frag mich ob ich es echt lohnt für 2 Smileys mal einen neuen Account zu erstellen, aber gut. Ja, ich habe ja sogar einen Augenblick mit der Erkältung wieder aufgegriffen. Dann lad lieber mal einfach Resident Evil hoch. Ja? Das dauert aber viel länger als wenn die Zelda aufnehmen und Zelda hochladen. Dann machst du lieber Casey. Eine halbe Stunde. Resident Evil kostet mich eine Stunde. Warum kostet dich? Du musst nur hochladen. Das kostet nicht einen Klick. Ja, mach halt nebenbei auseinander. Reven hat kein Reven. Aber das ist so schwer. Aber dann kannst du kein Lois spielen. Reven, wann kommen die Lois Loopers? Nie. Wenn ich endlich halt die Zusammenschnitte gemacht habe. Ich hab noch. Ja, das weiß ich. Ja. 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 Ich hab eigentlich die Möglichkeit jetzt. Wieso? Und ich mach auch irgendwann. Irgendwann mal halt sowas, ne? Warum? Steht ihr jetzt bei dir oder? Nein, ich kann jederzeit hierhin rum. Konntest du doch auch für. Ja, aber hatte ich keinen Bock drauf. Und jetzt hab ich ein Kabel. Warum hat er jetzt die Möglichkeit? Weil ich jetzt auch ein Kabel habe. Was für ein Kabel? Ja. Zum Anschließan Grabber. Nee, hatte ich nicht. Das ist ein Ausrede. Das ist ein Standardkabel. Ja, das hatten wir aber nicht mehr von der Wii. Sondern? Wir hatten nur so ein HD-Kabel für unseren Fernseher. Achso. Ausrede. Nee, ist so. Wie ist so, Junge? Wieso? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich glaub' mir das ist von der Gäbchen benutzt, ne? Ah, ah, ah. Hab ich geguckt? Na, nein. Jetzt will ich nur rausnehmen. Wahrscheinlich hat er jetzt was von der Gäbchen benutzt. Ja. Nee, hab' gekauft. Wahrscheinlich hatte er das einfach so, was man sagt. Was gut ist so aus, geht der Seite vorne. Aber ich hab' jedenfalls gedacht, dass ich so ein Kabel hatte, aber anscheinend hatte ich nicht so eins. Ach. Ja, ja. wunderschönen wunderschönen in den Schnauzern ja, war ich auch eben schaffe ich noch? nicht ja und ich muss es nicht machen ich muss, ja doch eben wenn ich eine andere Konsole angeschossen habe aber noch muss ich vielleicht die Kabel dann muss ich sie wieder machen Kabel umstecken, ja? das ist heftig, ja? aber die Wien muss ich auch ab und zu oben machen weil ich irgendwo zunächst bin haha yeah guck mal, willst du mich freuen? nein nein das ist ein Spiel äh, Spiel nicht legen gut das ist wieder reingerissen gleich kommen wir was, Etke Etke ja Etke jetzt dann so ich habe Stimmen separat aufgenommen und die Aufnahme vom Low Recorder Und dann schneidet er einfach alles zusammen, nur damit es gut aussieht. Nein, ich werde mir irgendwann mal die Mühe machen. Machst du eh nicht. Ich werde welche Szene wohl mit welcher Aufgabe zusammenfassen und welche Szene dachten noch kröp. Machst du eh nicht. Du kannst ja wenigstens so tun als oft. Du kannst ja wieder 5000 Let's Plays anfangen. In der Zeit. Alter, der war mies. Warum ist das so? Ist doch beleidig. Jetzt geht er, jetzt zieht er nach Frankreich. Und spielt dabei den Top Gaming-Leaks mit. Ob du dir erstmal im Lächter mit dir oder alles legst. Nö. Das wäre mir viel zu einfach. Und ich weiß, wie du ihn kannst. Das wäre mir viel zu einfach. Das geht ja. Kannst du ja überhaupt nicht. Deine Audioqualität ist ja auch gar nicht. Die ist sowieso kacke. Die ist sowieso kacke, die Audioqualität. Meine Audioqualität auch. Aber TGN ist sowieso scheiße. Ja, aber TGN ist trotzdem scheiße. Ja, aber TGN ist trotzdem scheiße. Sie, also euch kennenlernen. Wir haben halt schon immerhin ein oder zwei Videos auf TGN. Ja. Ja. Ja, ich meine. Gut, du bist ja nicht auf dem normalen TGN-Account, ne? Nicht auf dem TGN-German-Account, ne? Ja. Ja. Ja, weil da hängen ein paar sehr rüle Leute rum. Eronie und so. Welche meinte? Du solltest vielleicht nicht unbedingt jeden Stream nennen. Hey, Marco. Hauptsache, man spielt jedes Spiel zu Release, weil mein Fan geil ist. Da gibt es einige davon, die bei TGN dabei sind. Die Einzigen, ich glaube, haben wir von der Fall ist von der zwei. Fuck, ich habe das Wasser gar nicht gestellt. Yeah. Ja, auf die drei, die ich noch mag. Wo bin ich denn? Ähm, also Witz alle, aber den mochte ich auch vorher. Ja, stimmt. Ähm, wo will ich hin? Wussten wir ja. Bei TGN habe ich zumindest ein Battle-Field-3-Videos gesehen, die fand ich gut. Und, ähm, Holly. Ja, das ist ja wahrscheinlich relativ, nachdem er eigentlich bei eigenem Geschmack. Voll, ich glaube, ich bin ja schon so. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weil ich mochte so diese Amnesia-Custom-Stories so gemacht hat. Ich habe mir die Wu-A-U-Kombination über die Wanga-Topsis. Ja, du bist so sehr bescheuert. Ja, die ganze Zeit so. Ja, die ganze Zeit so. Irgendwie schon wieder hier hoch. Irgendwie aus Reflex. Und bald schaffst du noch die 60 Sterne. Ja, wenn ich mich anstrengen würde, ja. Also nein. Ja, kann ich machen. Wir müssen noch drei Sterne, Kirak. Hm? Wir müssen noch drei Sterne. Ja. Ja. Ich bin daneben gefallen. Ich bin tot. Und du hast noch 10 Minuten. Tatsächlich. Ich habe mich gerade verguckt. Das darfst du nicht. Er ist geschworben. Er ist gestirbt. Jaja. Ja, ja, ja. Jaja. Ich würde das, by the way, eher Huhsen counten anstatt Huhsen counten. Nein, Huhsen. wussten ok 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 ich glaube nicht dass es deswegen ist Aber da ist was anderes dran und ich glaube nicht dass es darauf umhacken will Ob einmal das wirklich unverschämt auffassen könnte Darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht Du kennst doch Reuben, der ist immer sofort beleidigt Ich hätte ja selbst schon ein Chat auf den Timeoutbutton Und ihr? William, da müsste ich ne Weile hochscrollen, damit sie sind Kann man eigentlich, können sich die Mods gegenseitig timeouten? Das ist überholt. Jetzt glaub ich dich mit dem Gamebreaker sagt, wir timeouten Nein Ich schreie, ob das funktioniert. Nein, ich probier's nicht Kannst einfach mehr mal probieren Das hat auch nichts geschrieben Mach hier Mach's hier Ich mach mal, will Mach mal, will Ich schreib eh eh nix Weil ich ja nicht was einlösen, weil sie gerade was geschrieben Ich möchte das moderat, der war not the owner of the channel Hey, kann nur der owner Schade Schade Junge Du warst schon ein bisschen zu gelb, war er warst zu rot Ich bin bei mir auch rot Nee, wir sind gelb Ja, also Ja, also Das ist Chat verschoben Oder? Nee, doch nicht Weil sie den Namen nicht Weil Ilo-Gonzeit gespammt hat Achso, ne, bei mir sehe ich nur den Namen nochmal, weil man dazwischen diese Nachricht ist Dazwischen ist diese, äh, Message, die nicht einmal auf den Weg steht, der denn noch Ja, jetzt den Namen wieder hat gar nicht Ich wollte halt nur was geschrieben Ja, das ist nur Ja, ja, egal Ja, egal Ja, egal Sag mal, hier hat 60. Städtpferden In den Bowser Sag mal, hier hat 60. Städtpferden Norm geht es eigentlich auf 20 in der dritten Person Keine Ahnung Ich sollte mal refreshen, ich hänge übelst hinterher Macht nix 1,50 1,51 jetzt Wir hängen nicht viel hinterher 1,50 8,9 7 9 Nicht schräg machen 1,50 1,50 1,50 5,50 10,50 10,50 1,50 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 1,25 ich werde ich bin auch schon mal unten gelandet die wilde Wasserwerf kommst du dann? yeah Prozent die Mann aus einem Mann ist die Niederländer wahrscheinlich glaube ich nicht ich kann auch an ihm ist lesen Acker das ist auch mal aus Ich schaue mich immer noch, wieso du Andi bringst. Nice! Voll die geile Stammverträge gemacht. Warum kannst du Andi weglesen? Geht noch, es geht. Du warst gar nicht dabei, oder? Warst du eine Skype-Konferenz dabei? Nein, ich bin dabei. Ich hab mich vertan. Aha. Schaut dich mal. Ich hab dann überlegt, dass du näher an der Zeit Pause drückst. Und dann mal schießt und dann wieder ein Film weiter wiederlesen. Wahrscheinlich. Aber was solltet aus? Im Prinzip kann man man das schon. Es gibt manche Leute, die machen ein Video zu einem Manga. Ja, ich weiß auch, ich meine, andersrum würde es theoretisch gehen. Aber es ist trotzdem dumm. Ich weiß keiner. Ich weiß keiner so. Ja, ich weiß nicht. Na, Brunch? Joo. Wie? Rayo. Kann ich hier einen Worldjam bauen? Oder kann ich doch nicht. Komm kriege ich Sinn? Kriege ich Sinn? Nee, der hat aber nicht verbracht. Aber noch Egal Scheiß Kamera Das war knapp, gut Oh, da ist was vergewollt worden Oh, nur fast Oh, komm mal ran Krieg ich noch Der selbst ist nicht denn, du musst es jetzt der Runde München, oder? Runde München in Diadox Scheiß Lech Mach dir was essen Die Münze hatte ich gekriegt Wann hast du das letzte Mal gegessen? Vor zwei Stunden, das ist eine Zwei-Stunden-Regel hast du doch Ja, du darfst doppelt essen Achso, warum mach ich denn da hier Speedrunner-Weg Ich weiß nicht, wie das geht Ja, äh, das war Mike meint, ich soll mal Warum? Weil das ziemlich zugespampt war Mit Message Deleted, Message Deleted Aber vorher noch alle Time Outen Sonst verpasst du ja was Okay Oh Junge Tja, wann kommt ihr den Chat an? Im Stream Wann habt ihr genug geschrieben? Nee, sammle ich jetzt nicht an Zombie zockt ist der erste, der wieder drauf war Mit Sternchen Ja Tja, wie zockt der Stern nicht so Tja, schaffst du auch nicht Yay, Volltreffer Oh Verloren Das macht er ja Chaos Komm Ja 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 Was ist neutral in den Moment? In der Moment geht es wirklich In der Moment geht es zu Ja 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 Es legt! Ich seh nicht, ob es trifft! Irgendwie hat es mir einen Brief geschickt, den ich erst an einem bestimmten Tag schon lesen kann. Echt? Ja. Das legt jetzt zu meinem Geburtstag! Happy Birthday! Damit er nicht vergisst. Ja. Boah, das legt schon wieder so ein bisschen. Yeah, Ende. Schnell Pause machen, vor zwei Stunden. Jetzt spring ich runter. Okay. Aber kein 70er, Aron. Doch, was ging denn hier ab? Die wollten den Stream wieder erreichen, weil der ist nicht ganz oben. Yeah. Keine zwei Stunden gebraucht, Kirak, für 60er. Ja. Geht's jetzt. Kurz weg! Komm, es ist nicht vorbei. Verleimt, es ist vorbei. Warum hast du mich denn jetzt? Ja, komm mit nachwacken. Da siehst du es. Warum? Weil mich nicht abhängig sind. Baby. Schiek ist natürlich männlich. Was glaubst du denn? Ach so. Äh. So, Kerak, willst du streamen oder was? Gehst du auch zu wacken raus? Wahrscheinlich, ja. Gerak? Hä? Willst du streamen? Nein. Nein, eigentlich nicht. Okay. Ich spiel dann nochmal Shadow, ne? Ich hab keinen Bock. Okay. Ich mach aber nicht mal ne andere Story, ne? Nein. Dann nicht. Nicht? Schade, Junge. Schade, schade. Ja, mach zu sehen. Ja, mach zu sehen. Ich hab mir das mal vergessen, mal das Ultrasch beruntergeladen. Und zwar? Lobby-Wolli. Epic. Wir müssen verzocken. Ja, leider, ich hab leider den Multiplänchen gekriegt. Aber sonst hätte mir das gezockt, das ist ja vollziehen gewesen. Ja, die ganze Zeit. Nur. 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 Ja, leider. Wir müssen ja schon mindestens 50 Stunden, äh, 90 Stunden auf sein. Ja, mindestens. Okay, wir spielen jetzt alles zusammen. Also, ihr könnt jederzeit jetzt direkt, ne? Ja, ja. Ich bin gleich ready. Ready, Junge. Okay, das schlacht Bild Educator Online, ja. Er ist erst in der Rängliste. Oh, es gibt 5. Nein. Schade. So, ist Stream jetzt aus? Darf ich? Warte.